Ich bin hier zusammen gebastelt. Ja, Taschenmesser und Tape. Besteht eigentlich nur aus Tape, Holz und Plastik. Ja, Taschenmesser und Tape. Zu geiles Vieh. Ja, Taschenmesser und Tape. Ja, Taschenmesser und Tape. Ja, Taschenmesser und Tape. Schmeiß mal sowas. Kann ich das auch auf Youtube stellen dann? Was? Kann ich das da auch auf Youtube stellen? Ja. Wacken 2011, selbstgemachter Amos. Aber das hat Stil. Dürfte man das mal fotografieren? Ich filme schon. Findest du da in der Woche auf Youtube? Wunderbar. Ja, ich finde das... Ja, Mann. Richtig schön pose hier. Ich glaube der andere Pfeil war da wesentlich besser. Ja. Mal richtig hinstellen bitte. Ich versuch das mit dem hier. Ich muss euch mal sagen, hier haben hier alle genug. Ihr müsst das mit Schlaps machen. Das funktioniert oder auch? Das waren schon 3 da. 3? Wow. Wow. Ich kann mich beschäftigen. Was? Ich kann mich beschäftigen. Ja. Ich würd' mir sagen, wir müssten Schnaps kaufen gehen. Ich würd' mir sagen, wir müssten Schnaps kaufen gehen. Bloß was heißt, da ist dann Schnaps auf... Naja, egal. Alter! Da warst du den Ding bloß auf! Mörder des Vieh!